Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel schuf, als es auf der Erde noch keine Sträuche auf dem Felde gab und noch keine Pflanzen auf den Fluren gewachsen waren, weil Gott, der Herr, noch keinen Regen auf die Erde hatte fallen lassen und auch noch keine Menschen da waren, um den Ackerboden zu bestellen, es stieg aber ein Wasserdunst von der Erde auf und tränkte die ganze Oberfläche des Erdbodens, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und plies ihm den Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Hierauf pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden nach Osten hin und versetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Dann ließ Gott, der Herr, allerlei Bäume aus dem Erdboden hervorwachsen, die lieblich anzusehen waren und wohlschmeckende Früchte trugen, dazu auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es entsprang aber ein Strom in Eden, um den Garten zu bewässern und teilte sich von dort aus, und zwar in vier Arme. Der erste heißt Pison. Dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo selbst sich das Gold findet, und das Gold dieses Landes ist kostbar. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Soham. Der zweite Strom heißt Gihon. Dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Hedekel. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Als nun Gott, der Herr, den Menschen genommen und ihn in den Garten Eden versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte, gab Gott, der Herr, dem Menschen die Weisung, Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du von diesem isst, musst du des Todes sterben. Hierauf sagte Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Da bildete Gott, der Herr, aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch sie alle benennen würde, so sollten sie heißen. So legte denn der Mensch allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen wilden Tieren Namen bei. Aber für einen Menschen fand er keine Hilfe darunter, die zu ihm gepasst hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Dann nahm er eine von seinen Rippen heraus und verschloss deren Stelle wieder mit Fleisch. Die Rippe aber, die Gott aus dem Menschen genommen hatte, gestaltete er zu einem Weibe und führte dieses dem Menschen zu. Da rief der Mensch aus, diese endlich ist es, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seinem Weibe an. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib. Und doch schämten sie sich nicht voreinander. Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, geschaffen hatte. Die sagte zu dem Weibe, Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen? Da antwortete das Weib der Schlange, Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt, ihr dürft von ihnen nicht essen, ja, sie nicht einmal anrühren, sonst müsst ihr sterben. Da erwiderte die Schlange dem Weibe, Ihr werdet sicherlich nicht sterben, Sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, Euch die Augen aufgehen werden, Und ihr wie Gott selbst sein werdet, Indem ihr erkennt, was gut und was böse ist. Da nun das Weib sah, Dass von dem Baume gut zu essen sei, Und dass er eine Lust für die Augen Und ein begehrenswerter Baum sei, Weil man durch ihn klug werden könne, So nahm sie eine von seinen Früchten Und aß. Und gab auch ihrem Manne, Der bei ihr war, Und der aß auch. Da gingen ihnen beiden die Augen auf, Und sie nahmen wahr, Dass sie nackt waren. Darum hefteten sie Blätter Vom Feigenbaum zusammen Und machten sich Schürze daraus. Als sie dann aber die Stimme Gottes Des Herrn hörten, Der in der Abendkühle im Garten sich erging, Versteckten sie sich, Der Mann und sein Weib, Vor Gott dem Herrn Unter den Bäumen des Gartens. Aber Gott, der Herr, Rief nach dem Mann mit den Worten, Wo bist du? Da antwortete er, Als ich deine Stimme im Garten hörte, Fürchtete ich mich, Weil ich nackt bin, Darum habe ich mich versteckt. Da fragte Gott, Wer hat dir gesagt, Dass du nackt bist? Du hast doch nicht etwa Von dem Baume gegessen, Von dem zu essen, Ich dir verboten habe? Da antwortete Adam, Das Weib, Das du mir beigesellt hast, Die hat mir von dem Baume gegeben, Da habe ich gegessen. Da sagte Gott, Der Herr, Zu dem Weibe, Warum hast du das getan? Das Weibe antwortete, Die Schlange hat mich verführt, Da habe ich gegessen. Da sagte Gott, Der Herr, Zu der Schlange, Weil du das getan hast, Sollst du verflucht sein, Vor allen Tieren, Zahmen und Wilden. Auf dem Bauche sollst du kriechen, Und Staub fressen, Dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen, Zwischen dir und dem Weibe, Und zwischen deinem Samen Und ihrem Samen. Er wird dir nach dem Kopf vertreten, Und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Zum Weibe aber sagte er, Viele Mühsal will ich dir bereiten, Wenn du Mutter wirst. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, Und doch nach deinem Manne Verlangen tragen. Er aber soll dein Herr sein. Zu dem Manne aber sagte er, Weil du der Aufforderung deines Weibes Nachgekommen bist Und von dem Baume gegessen hast, Von dem zu essen, Ich dir ausdrücklich verboten hatte, So soll der Ackerboden verflucht sein, Um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, Dein Leben lang. Dornen und Gestrüpp soll er dir wachsen lassen, Und du sollst dich von dem Gewächs des Feldes nähren. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, Bis du zum Erdboden zurückkehrst, Von dem du genommen bist. Denn Staub bist du, Und zu Staub musst du wieder werden. Adam gab dann seinem Weibe den Namen Eva, Denn sie ist die Stammmutter aller Lebenden geworden. Darauf machte Gott, der Herr, Dem Manne und seinem Weibe Röcke von Fällen Und bekleidete sie damit. Und Gott, der Herr, sagte, Der Mensch ist jetzt ja geworden wie unser einer, Insofern er Gut und Böse zu unterscheiden weiß. Nun aber, Dass er nur nicht seine Hand ausstreckt Und auch Früchte vom Baum des Lebens nimmt Und sie isst und unsterblich wird. So stieß ihn den Gott, der Herr, Aus dem Garten Eden hinaus, Damit er den Erdboden bestelle, Von dem er genommen war. Und als er den Menschen hinausgetrieben hatte, Lies er östlich vom Garten Eden Die Cherube sich lagern Und die Flamme des kreisenden Schwertes, Damit sie den Zugang zum Baum des Lebens bewachten. Eva gebar dann dem Adam, ihrem Gatten, Einen Sohn, Kain. Da sagte sie, Einen Mann habe ich ins Dasein gerufen, Mit Hilfe des Herrn. Hierauf gebar sie nochmals, Nämlich seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Hirt von Kleinvieh, Kain aber ein Ackerbauer. Nun begab es sich nach Verlauf geraumer Zeit, Dass Kain dem Herrn eine Opfergabe Von den Früchten des Ackers darbrachte. Und auch Abel opferte von den Erstgeburten seiner Herde, Und zwar von ihren Fettstücken. Da schaute der Herr mit Wohlgefallen Auf Abel und seine Opfergabe. Aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Darüber geriet Kain in heftige Erregung, Sodass sein Angesicht sich finster senkte. Da sagte der Herr zu Kain, Warum bist du erregt geworden, Und warum hat dein Angesicht sich finster gesenkt? Wird nicht, wenn du Recht handelst, Dein Opfer angenommen? Lagert nicht, wenn du böse handelst, Die Sünde vor der Tür als ein Feind, Dessen Verlangen auf dich gerichtet ist, Den du aber bezwingen sollst? Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, Lass uns aufs Feld gehen. Und als sie auf dem Felde waren, Fiel Kain über seinen Bruder Abel her Und schlug ihn tot. Da sagte der Herr zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, Ich weiß es nicht, Bin ich etwa meines Bruders Hüter? Gott aber sagte, Was hast du getan? Ich höre das Blut deines Bruders Zu mir aus dem Erdboden schreien. Und nun, Verflucht sollst du sein, Hinweggetrieben vom Ackerboden, Der seinen Mund aufgetan hat, Um das von deiner Hand vergossene Blut Deines Bruders in sich aufzunehmen. Wenn du den Acker bestehst, Soll er dir hinfort keinen Ertrag mehr geben. Unsteht und flüchtig sollst du auf der Erde sein. Da sagte Kain zum Herrn, Meine Strafe ist zu groß, Als dass ich sie tragen könnte. Du treibst mich ja heute von dem Ackerland hinweg, Und ich muss mich vor deinen Augen verbergen, Und werde unstet und flüchtig auf der Erde sein. So wird denn jeder, Der mich antrifft, Mich totschlagen. Aber der Herr antwortete ihm, Nicht also. Jeder, der Kain totschlägt, Soll siebenfältiger Rache verfallen. Hierauf brachte der Herr an Kain Ein Wahrzeichen an, Damit ihm niemand erschlüge, Der mit ihm zusammenträfe. So ging denn Kain Vom Angesicht des Herrn hinweg, Und ließ sich im Lande Not, Östlich von Eden, nieder. Dem Kain gebar hierauf Sein Weib einen Sohn, Henoch, Und als Kain dann eine Stadt erbaute, Benannte er sie Nach seines Sohnes Namen, Henoch. Dem Henoch wurde dann Irath geboren. Dieser wurde der Vater Mehujaels. Mehujael wurde der Vater Methusails. Und Methusail, Der Vater Lamechs. Lamech aber nahm sich Zwei Frauen, Von denen die eine Ada, Die andere Zillah hieß. Ada gebar dann den Jabal. Dieser wurde der Stammvater Der Zeltbewohner Und Herdenbesitzer. Sein Bruder Hieß Jubal. Dieser wurde der Stammvater Aller Zitter Und Flötenspieler. Auch Zillah Gebar einen Sohn, Nämlich Tubal-Kain, Den Hämmerer Von allen schneidenden Geräten Aus Kupfer und Eisen. Die Schwester Tubal-Kains War Nama. Lamech aber Sagte einst Zu seinen Frauen, Ada und Zillah, Höret meine Rede. Ihr Weiber Lamechs, Vernehmet meinen Spruch. Einen Mann erschlage ich, Wenn er mich verwundet, Und einen Jüngling, Wenn er mir eine Strieme beibringt. Denn wenn kein Siebenfältig Gerecht werden soll, So lame ich Siebenundsiebzigfach. Dem Adam aber Gebar sein Weib Eva nochmals Einen Sohn, Dem sie den Namen Set gab. Denn, sagte sie, Gott hat mir Einen anderen Spross verliehen Anstelle Abels, Weil Kain ihn Erschlagen hat. Auch dem Set Wurde ein Sohn geboren, Den er Enos nannte. Damals fing man an, Den Namen des Herrn Anzurufen. Dies ist die Geschlechtstafel Adams. Dramatische Aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020